Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Hier haben wir letztes Mal aufgehört, es ist viel passiert zwischendurch. Mir ist das Spiel abgestürzt und da war die ganze Aufnahme weg. Und jetzt habe ich das alles nochmal neu geladen und nochmal neu gespielt in diesen Gefängnisausbruch. Ein zweites Mal Ali befreit, das haben wir geschafft. Hier haben wir aufgehört, hier machen wir nahtlos weiter. Gemeinsam. Und ja, alles klar, finde die Kammer der Wache. Das wollte er, er wollte ja noch Dokumente besorgen. Und dann wollen wir das mal versuchen. Gemeinsam. So, wie war das denn jetzt nochmal? Mal. Okay. Da oben ist noch einen, habe ich einen übersehen. Ah ja, das, das. Hilfsmittel voll. So, wo lang, wo lang, wo lang. Von der anderen Seite verriegelt. Okay. Okay. die wachkammer ist hinter dieser sehr gut ich habe es gehört da drüben bei der ich halte die wachen auf so okidoki nee nicht alarm schlagen lauf doch das hatte ich doch schon mal so hierhin nicht lange rumzucken zack entkomme aus dem gefängnis fall geschlossen ok jetzt muss ich erst den status loswerden da ist 47 meter 18 meter die wachen werden gut aufpassen so das haben wir schon mal gerät stratsch das ist ganz gut steckbrief nummer eins nummero uno entferne steckbriefe oder bist ich ein munadi munadi schade dass man die steckbriefe nicht da 96 meter dass man die nicht mit dem adler finden kann 31 meter was heutzutage alles als kunst durchgeht so jetzt habe ich nur noch ein bisschen wache 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 Roshan sollte inzwischen auch dort sein. Also spannend ist das Spiel ohne Ende. Das ist echt gut gemacht. Der Fokus liegt hier tatsächlich mehr auf Schleichen und Verbergen. Das ist wirklich wahr. Aber für schlimme Situationen geht es auch, dass man dann ein bisschen kämpfen kann. Und das ist, ich glaube, das war so bei den anderen Teilen auch. Dass man den ganz schlimmen sieht. Aber wenn es zu viele sind, dann hat man da keine Chance. So, okay. Können wir nicht ein Stück reiten. Na, so einen Kodex nehmen wir doch glatt mit. So. Und jetzt pfeifen. Pfeiltaste nach rechts gedrückt halten. Das habe ich auch erst da. Galoppieren. L3. Das war ja gut. Ausbruch gelungen. So, und dann holen wir uns den nächsten Auftrag ab, sagst du. Wassermühle. So, steigen wir hier mal ab. Der Rest geht zu Fuß. Kodex aktualisiert. Haben wir nicht ein bisschen Nahrung? Ah, nicht, dass das wieder als Clown gilt. Man ist ja echt vorsichtig ohne Ende. So. Ja. Ein Elixier wäre auch nicht schlecht für die Mission. 12 Meter. Achso, hier geht es weiter in der Story. Alles klar. Gebürt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. 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 Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, ja, ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mesud al-Jakob. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben. Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bessi! Er spürte eine der Grabungen von El-Rul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nicht nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hatte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mesut Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können. Doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. So. Komm Basim. Ach, nicht untertauchen. Oh. Das wär's ja gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod Elchuls gerecht sein. Dies ist ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn Elchul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborbenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge in den Dienst dieses Ziels stellen. Elchul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut. Solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm, fasse die Prüfung ins Auge, die dich erwart. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Dort auf dem Balkon ist Mesut. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wählst deine Grausamkeiten gut versteckt, Al-Rul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie. Durch deine Hand starben sie. Und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. So, eliminiere Al-Ghul. Ablenkungsmöglichkeiten. Ja. So. Okidoki. Gelegenheiten zu entdecken. Na, das machen wir noch. Da ist eine Gelegenheit. Und da ist eine Gelegenheit. So. Geduld. Disziplin. Und wenn sich die Gelegenheit zeigt, ergreife sie. Ok. Das ist ein guter Stichpunkt. Um hier machen wir jetzt einen Break. Also, das musste sein. Ich habe das eben nochmal neu spielen müssen, weil das mir abgestürzt ist. Und bis hierhin hatte ich das schon geschafft. Es ist wieder mal nicht so leicht. Wir müssen Ablenkungsmöglichkeiten finden. Und hier sind sehr viele Wachen, die dann eben kommen, wenn man dann irgendwie, das habe ich schon, ich habe schon ausprobiert. Und wenn man entdeckt wird, dann ist es echt blöd, weil man dann diesen Suchstatus bei sich, mit sich rumträgt. Es ist also nicht so einfach. Aber gut, schreibt mir in eure Kommentare, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch so ergangen ist. Mit erster Befehl. Alles klar. Aber wir werden sehen, dass wir das hier... Aha. Du bist ein wahrer Freund. Achso. Okay. Aber dann machen wir hier mal ein Break. Und ich bin froh, dass es alles so gut geklappt hat mit dem Neuladen und Neu... Ach, Speicher nicht vergessen. Ich hoffe, das geht so jetzt. Ja, jetzt geht's. So, okay. Alles klar. In diesem Sinne, euer Käpt'n Reliok. Das macht ja wirklich irre Spaß. Und ich hoffe, das geht auch noch weiter mit dem Let's Play. Stück für Stück. Auch wenn es schwierig ist, manchmal mit der Aufnahme neu. Aber es hat ja geklappt. Alles gut. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Käpt'n Reliok. Und wie sage ich immer so schön in Hamburg, ich sage mal Tschüss. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020